Hey Leute, ihr habt mich im Beitrag dieser Künstlerin verlinkt und wolltet meine Einschätzung. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Fan davon, wenn man so viel Farbe verschwendet. Alles, was sie da gemalt hat, hätte sie auch mit einem Bruchteil der Acrylfarbe hinbekommen. Sie hat sich aber dafür entschieden, ihr Werk mit einer kleinen Schaueinlage zu inszenieren. Ich finde, das lenkt stark vom eigentlichen Werk ab. Aber man kann dieses Video auch anders interpretieren. Vielleicht wollte sie wie der legendäre amerikanische Künstler Jackson Pollock den Spaß am Malprozess darstellen. Wenn das ihre Absicht war, müssen wir eingestehen, dass das ziemlich gut gelungen ist. Was sagt die dazu?